Ich freue mich für Emma. Heute kommt sie endlich in die Schule. Das ist ein großer Schritt für sie. Es ist ein kleiner Schritt zum Erwachsenwerden. Da hast du recht, Carmen. Oh Mann, die werden alle so schnell groß. Alina habe ich schon gar nicht mehr wiedererkannt und sie wirkt schon sehr erwachsen. Aber da bin ich auch ziemlich stolz auf unsere zwei Töchter. Da haben wir gute Arbeit geleistet. Da hast du auch recht, Stefan. Das können wir uns auch als Erfolg gut schreiben. Guck mal, da kommt Emma. Denkst du, sie ist aufgeregt? Ich denke schon. Beim ersten Schultag ist doch jeder aufgeregt. Aber ich meine, sie kennt ja schon einige Schüler aus der Klasse. Und ihre Lehrerin kennt sie auch schon. Von daher brauchen wir uns da keine Sorgen machen, dass sie überfordert ist. Dann bin ich ja beruhigt. Okay, Emma, kommst du bitte mal in die Küche? Oh Mann, was wollen die jetzt von mir? Ich mache mich doch gerade schon fertig für die Schule. Gibt es jetzt schon wieder was zu nörgeln? Ja, Keks. Ich weiß, du willst mit mir in die Schule kommen, aber das geht leider nicht. Aber zum Glück kommt der Micha mit mir. Ohne den hätte ich echt keine Lust. Und zum Glück habe ich auch noch zwei Netter und Max. Die sind beide auch super nett. Wir sind schon vor dem Schulbeginn eine super Klassengemeinschaft. Emma, kommst du jetzt bitte? Ich komme ja schon. Komm, Keks. Wir gucken mal, was sie von uns wollen. Vielleicht gibt es heute Morgen schon wieder irgendwas, was ich falsch gemacht habe. Aber davon weiß ich nichts. Guten Morgen, Emma. Na, bist du aufgeregt? Och, es hält sich in Grenzen. Ich war schon mal nervöser. Ich kenne ja schon alle Schüler und die Lehrerin. Von daher ist alles gut. Da hattest du doch recht, Stefan. Sag ich doch. Wenn man das alles schon kennt, ist es gar nicht mehr so aufregend. Stimmt's? Ja, genau. Und was wollt ihr jetzt von mir? Ich muss langsam los. Ich darf doch heute nicht am ersten Schultag zu spät kommen. Da hast du recht. Ich habe dir hier noch was zu essen fertig gemacht. Oh, super. Das hätte ich ja sonst total vergessen. Danke, Mama. So, dann mache ich mich auch gleich mal schon auf den Weg. Nicht, dass ich noch zu spät komme. Okay, Emma. Dann passt auf euch auf beim Schulweg und kommt mir gut nach Hause und einen schönen ersten Schultag. Und immer schön aufpassen und darauf hören, was Frau Meier sagt. Ja, nicht irgendwas anderes machen, okay? Ja, Papa. Ich weiß doch. Na gut, dann mache ich mich jetzt auf den Weg. Komm, Keks. Du darfst dich noch bis zur Tür mitbegleiten. Aber pass auf, dass er dir nicht bis zur Schule mitfolgt. Das traue ich dem Hund zu. Der hängt so an dir. Ja, ja. Ich passe schon auf. Hoffen wir mal, dass alles gut klappt auf dem Schulweg. Ich habe da ja schon ein bisschen Bedenken. Ach, Quatsch. Das wird schon. Na komm, dann machen wir uns auch mal fertig. Wir frühstücken jetzt noch was und dann gehen wir auch los. Gute Idee, Stefan. Dann wollen wir mal. Wir könnten ja heute auch mal noch Robin und Anna besuchen. Wir waren echt lange nicht mehr bei ihnen. Da hast du recht. Na ja, ich gehe mir jetzt erstmal die Zähne putzen und dann schauen wir mal, was wir machen. Okay, dann bis gleich. Jetzt fehlt nur noch der Micha. Mensch, Keks. Du bist ja immer noch da. Geh wieder zurück. Nein, das Essen ist nichts für dich. Das ist für mich. Nein, nein, nein. Zurück in die Wohnung. Los, rein mit dir. So, und wir sehen uns heute Mittag wieder. Dann streichle ich dich ja wieder, Keks. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt echt zur Schule. Oh Mann, hängt dieser Hund an mir. Oh, da ist ja auch Micha. Cool, der hat was Neues an. Hey, Micha. Hey, Emma. Bist du bereit? Können wir los zur Schule? Ja, klar. Dann wollen wir mal los, oder? Komm, dann laufen wir. Mir gefallen deine neuen Sachen. Echt gut. Jetzt sind wir im Partnerlook unterwegs. Du hast was Blaues an. Ich hab was Blaues an. Ich hab ne weiße Hose. Und du hast auch ne weiße Hose. Oh, stimmt. Das ist mir ja gar nicht so aufgefallen. Cool. Jetzt können wir uns gar nicht mehr verlieren, weil jetzt wissen wir ja, wo wer ist. Genau. Und cool, du hast auch nen Rucksack dabei. Ich denke mal, Zanetta und Max, so wie ich die kenne, haben das bestimmt vergessen. Das kann echt sein. Die sind echt immer ein bisschen verpeilt. Na komm, jetzt beeilen wir uns aber. Nicht zu spät kommen am ersten Schultag. Oh, verdammt. Ich hab mein Essen vergessen. Ach, da kannst du was von mir haben. Ich hab genügend dabei. Meine Mama hat mir ganz viele Brote gemacht. Da ist auch was für dich dabei. Wir teilen uns ja alles. Cool, Emma. Vielen Dank. Na los, dann auf zur Schule. So, der Klassensaal ist vorbereitet. Die Tafel ist geputzt. Jetzt kann der erste Schultag für meine neue Klasse losgehen. Das ist doch auch jedes Mal nochmal aufregend für mich. Hoffentlich kommen die heute auch alle pünktlich. Ich könnte mir auch wieder vorstellen, dass da der ein oder andere das Ganze noch nicht so auf der Reihe hat und fünf Minuten zu spät erscheint. Aber wenn es nicht so wäre, dann wäre es das echt das erste Mal. Dann hätte ich wirklich eine ganz besondere Klasse. Aber dann schauen wir mal, ob sie schon vor der Tür stehen. Dann gehe ich mal raus und gucke nach. Oh, bis jetzt sehe ich noch niemanden. Dann gehen wir mal raus. Schauen wir mal, ob schon jemand da ist. Wie ich mir gedacht habe, da ist noch keiner da, aber sie haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Es ist ja erst kurz vor acht. Jetzt wird es aber höchste Zeit für die vier hier aufzukreuzen. Fünf Minuten haben sie noch. Ach, da kommen ja auch schon die ersten zwei. Emma und Misha. Hallo, ihr zwei. Guten Morgen, Frau Meier. Guten Morgen, Frau Meier. Na, wie geht es euch zwei? Seid ihr aufgeregt? Nein, eigentlich nicht. Wir kennen ja schon die Klasse. Und nochmal vielen Dank, dass sie sich so eingesetzt haben, dass wir eine Klasse geworden sind. Das wird bestimmt super toll. Da freue ich mich auch. Ja, das mit dem Feuer, das hat uns ja echt schon wirklich verbunden. Da haben sie recht. Und wo sind Sanetta und Max? Sind die noch nicht da? Nein, aber sie haben ja auch noch ganz kurz Zeit. Ich hoffe mal, die sind genauso top vorbereitet wie ihr. Ich sehe schon, ihr habt einen Rucksack dabei und was zu essen. Perfekt. Mal schauen, ob wir das heute alles schon brauchen, aber ihr seid gut vorbereitet. Ja, Frau Meier. Ich habe extra nochmal die Alina gefragt, was ich mitnehmen soll. Und sie hat mir gesagt, dass ich unbedingt einen Rucksack packen soll mit ein paar Stiften und was zu schreiben, dass ich mir auch immer Notizen machen kann. Das freut mich. Dann sagt der Alina mal einen schönen Gruß von mir. Ach, guckt mal. Da hinten kommen auch Sanetta und Max. Hallo, Frau Meier. Hallo, Frau Meier. Hey, Emma und Micha. Wieso habt ihr denn Rucksäcke an? Max, weißt du, vielleicht müssen wir heute was aufschreiben. Da habe ich mir gedacht, dann nehme ich doch lieber mal einen Schreibblock mit. Nicht, dass ich noch irgendwas verpasse. Oh Mann, das wäre natürlich echt eine schlaue Idee gewesen. Daran habe ich gar nicht gedacht, Micha. Ach, wenn du willst, kann ich dir ein Blatt leihen. Dann können wir zusammen auf meinen Blog schreiben. Super, vielen Dank. Guten Morgen, Sanetta. Hey, Emma. Wollen wir uns heute mal nebeneinander setzen? Kinder, das mit der Sitzordnung, das machen wir jetzt alles gleich drinnen. Kommt, wir gehen mal in die Schule rein und dann machen wir die ganzen organisatorischen Sachen. Und ich sage euch noch was. Wir besprechen heute sogar unsere Klassenfahrt. Was? Wir machen ne Klassenfahrt. Wir machen ne Klassenfahrt. Juhu, dann auf in die Schule. Frau Meier, ich möchte unbedingt in der ersten Reihe sitzen. Ich will ganz viel lernen. Okay, Sanetta, dann darfst du dich in die erste Reihe setzen. Wer möchte sich neben die Sanetta setzen? Das mach dann ich. Okay, Emma. Emma und Sanetta, ihr dürft in die ersten Reihe. Und Max und Micha, ihr dürft nach hinten. Super, cool. Die Jungs wollen sowieso immer hinten sitzen. Jetzt habt ihr hier alle Platz genommen. Dann werde ich euch mal sagen, was heute alles unsere Fächer sind. Also, ich werde euch eine Einführung geben in Deutsch, Mathe, Bio und vielleicht auch sogar schon ein bisschen Englisch. Chemie wollen wir mal lieber sein lassen. Das ist ja wohl ein bisschen daneben gegangen beim letzten Mal. Frau Meier, Frau Meier, ich habe gehört, man macht gar kein Chemie in der Grundschule. Sanetta, wie war das mit dem Hinstellen? Oh, oh, tut mir leid. Ich setze mich sofort wieder. Ich habe es total vergessen. Okay, kein Problem. Und dann melden wir uns auch bitte in Zukunft, immer wenn wir was sagen wollen. Aber Sanetta, du darfst jetzt sagen, was du willst. Also, ich habe gehört, dass man gar keine Chemie in der Grundschule hat. Stimmt das? Eigentlich nicht, aber ich wollte euch beim letzten Mal so ein cooles Experiment vorführen. Ach so, okay, cool. Frau Meier, Frau Meier, ich habe eine Frage. Ja, bitte, Micha, was gibt's? Seit wann macht man denn Englisch in der Grundschule? Das ist doch viel zu schwer. Ach, Micha, mach dir da keine Sorgen. Das kriegen wir schon hin. Jeder von euch wird ein bisschen Englisch können, nachdem er bei mir in der Klasse war. Das ist doch cool. Ach, Micha, mach dir doch da keinen Kopf. Das kriegen wir schon hin. Und wenn nicht, lernen wir halt zu viert noch nach der Schule ein bisschen. Oh Mann, nach der Schule noch für die Schule Sachen machen. Darauf habe ich gar keine Lust. Ach, jetzt stell dich mal nicht so an. Das ist der erste Schultag. Genau, Micha. Mach dir da mal noch keinen so großen Kopf. Wir kriegen alles zusammen hin. Sobald ihr eine Frage habt, könnt ihr euch sofort immer an mich wenden. Ich werde euch bei allem helfen. Und jetzt besprechen wir auch noch, wo wir auf Klassenfahrt hinfahren. Was? Wir fahren auf Klassenfahrt? Das wussten wir gar nicht. Doch, doch. Wir fahren auf Klassenfahrt. Und eigentlich sollten wir uns da noch besser kennenlernen. Obwohl wir uns ja jetzt alle schon ganz gut kennen. Ich bin dafür, dass wir nach New York fliegen. Max, setzt du dich bitte wieder? Oh, tut mir leid, Frau Mayer. Ich habe es auch total vergessen. Mensch, Zanetta, wieso springen wir denn immer auf? Anscheinend sind wir noch ein bisschen zu übermotiviert in der Schule. Ach Quatsch, übermotiviert kann man nicht in der Schule sein. Das ist immer, immer gut, wenn man sehr, sehr viel Spaß dabei hat. Aber jetzt mal noch ein paar ernste Vorschläge. New York ist doch viel zu weit. Also, ich hatte mir überlegt, dass wir entweder auf einen Bauernhof fahren, wo die Jungs vielleicht auch Quad fahren dürfen und die Mädchen mit einem Pferd reiten können. Oder wir machen einen Campingausflug. Das könnt ihr euch ja jetzt gleich mal in der Pause überlegen. Dann besprecht ihr das untereinander und sagt mir, für was ihr euch entschieden habt. Gute Idee, Frau Mayer. So machen wir das. Okay, Kinder. Ich muss noch was Kleines erledigen. Wollt ihr eine kleine Pause machen? Und dann sehen wir uns in fünf Minuten wieder drin. Okay, so machen wir das. Kommt, dann gehen wir alle mal vor die Türen ein bisschen frische Luft holen. Alles klar, dann bis gleich, Kinder. Und auf was habt ihr am meisten Lust? Max, auf was hast du am meisten Lust? Ich finde, der Campingausflug hört sich doch ziemlich aufregend an. Und Micha, auf was hast du am meisten Lust? Och, Quattfahren hört sich auch nicht schlecht an. Aber Campen, da wäre ich auch dabei. Und Emma, auf was hast du am meisten Lust? Ich fände den Bauernhof eigentlich ganz cool. Ich auch. Hm, jetzt steht es zwei gegen zwei. Da müssen wir uns wohl noch mal mehr Gedanken machen. Nicht, dass wir überhaupt keine Klassenfahrt machen. Hm, naja, Campen wäre auch in Ordnung. Eigentlich ist beides okay. Ich wäre dafür, dass wir die Frau Meier entscheiden lassen. Aber Tanetta, wir müssen echt aufpassen, nicht immer aufzuspringen. Das ist doch wirklich ein bisschen komisch. Warum machen wir das immer? Ach, keine Ahnung. Das ist irgendwie so ein Reflex. Kinder, kommt ihr wieder rein? Ich habe alles fertig gemacht. Wir fangen jetzt mit dem Unterricht an. Frau Meier, wir konnten uns aber noch nicht entscheiden, wo wir auf Klassenfahrt hinwollen. So dringend ist das ja auch noch nicht. Das dauert noch ein klein bisschen, bis wir das machen. Aber wenn ihr wollt, sagt ihr mir einfach morgen Bescheid, wo wir hinfahren sollen. Okay, dann machen wir das morgen. Was machen wir denn jetzt für einen Unterricht? Jetzt fangen wir mal richtig mit Mathe an. Yeah, Mathe ist genau mein Ding. Das finde ich gut, Frau Meier. Da nichts für rein. Jetzt geht's los. Jetzt kann die Schule beginnen.